Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zur Folge 105 in Phalanx 2.0 mit Wesley und Delta. Hallöchen. Hallöchen. So. Ähm. Wir haben jetzt Module. Vierer Module. Wir haben lila Schaltkreise. Ich erweitere jetzt die Base. Mach mal. Glaube ich. Kann ich denn jetzt bessere Robo-Ports bauen? Haben wir jetzt Nizzi 0? Ja. Aber wir haben keine Silber-Zink-Batterien. Ach was du dir alles für Scheiße brauchst. Das ist unglaublich. Unbelievable. Okay. Dann würde ich sagen. Äh. Gehe ich mal los. Packe meinen Koffer und nehme mit. Strohmasten. Mal drei. Wenn wir den mal raus machen. So. Wolfram. Das ist bestimmt wieder eine richtig geile Geschichte. Mal tauschen. Und äh. Was hast du denn? Also mir. Was kannst du bieten? Oh Gott. Ich seh's schon. Ammoniak. Ich guck mal gerade was ich brauche. Ammoniak. Chlorwasserstoff. Ähm. Oh ey. Mein Gott. Chlorwasserstoff. Chlorwasserstoff. Wasserstoff. Wasserstoff. Ammoniak. Chlorwasserstoff. Alles voller Rastersturm. Wolfram Pulver. Das kommt da. Robopods und eine Blaupause. Ja so ungefähr. Das kommt da aber herum. Äh. Das machen wir da raus. Ach komm ich tu weißt ja mal. In orange und blau. In die Länze. Ja warte mal. Wolfram Pulver ist ja einfach. Ammoniak und Wasserstoff. Mehr brauche ich nicht. Ey. Ne warte und was. Warte. Braucht der nochmal. Nüngsten Carpet Plate ne. Und Kohlenstoff. Ja das. Was Wessler sagt. So mein fast ganzes Inventar ist jetzt mit Länz. Fett voll. So. Oh. Warum sind da nur vier Stück lieferbar? Was ist da los? Oh 28. So 2. Ah ja okay. Okay. Ähm. Erzverarbeitungsanlagen. Kannst du da mal die letzten automatisieren? Kannst du da noch mehrere bauen? Bessere? Äh. Was sind denn Erzverarbeitungsanlagen? Bei metallurgischer Verhütung. Die obersten Maschinen. Ja. Ich guck mal. Guck mal ob du Stufe 4 machen kannst. Müssten wir eigentlich. Ich glaube noch nicht mal Stufe 3. Ja. Werden gebaut. Ja die Exoskelette gehen auch. Aber da will ich gar nicht so viele von rein machen. Warum nicht? Bock doch voll. Mir zu schnell. Wasserstoff. Ich würde mir das. Wie geht's? Ist das ein Zugsystem? Nö. Das stellt man immer so her ne? Ja. Ammoniak brauche ich. Was ist denn der Kohlenstoff? Auch nicht glaube ich. Das war immer auf dem Band ne? Ja. Aber Ammoniak. So. Ströme. So. Hm, 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 hm. Hm. Äh, bestell doch schon mal die Silber-Dings-Batterien, dass die da sind, wenn du zurückkommst. Ja, die werden aber doch gar nicht gebaut. Ich brauche noch, bis die da sind. Er frisst immer noch hier rum? Wo ist eigentlich meine Knarre? Hm. Hm. Wow. So. Chemischer Hochhof. Die Artillerie aus der Reichweite. Oh, hier ist die Grenze. Hier. Was soll das? Chemischer Hoch... Nee. Was war das für ein Zeug? Chemischer Ofen Stufe 4. Kannst du den schon herstellen? Nee, ich glaube nicht. Ja. 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 Okay, habe ich... ich mache hier oben jetzt aber kein munitionsband werden wir arbeiten nur noch mit plasmatöne ja das machen und lassen wir abgehießt ein mann will noch nicht gehen so ist er die baut ja ich ja der feine her entschuldigung die regierung gewählt wurde kann die auch abgewählt werden in klammern sind 18 jahren glücklich geschehen ja ja hier wird nichts abgewählt doch alles so wie ich genau genau wir brauchen die radare radasse die sind schon echt hart nein kannst du bitte hochrufen stufe 4 automatisieren um danke Ja? bei denn hier kohlenstoff hier auch stufe 3 noch meine kisten blind ein bisschen mager kannst du dann noch mal irgendwas machen hallo ich habe jetzt keine zeit langsames band kein wunder läuft was machst du denn kohlenstoff muss der band upgraden mache ich gerade alles gelb das war falsch alles gelb ist so ja rubi tobi du hast recht gute kiste begrenzt bei irgendjemandem ist gerade ziemlich windig was energie alles Okay. alles mitnehmen hier habe zu wenig platz lebensende mit drei buchstaben ich weiß was daraus ende ende kann also nicht zählen okay so ein bisschen zuckter noch der der akku wenn die alle wieder zum laden reinkommen aber es ist auf jeden fall deutlich besser deutlich späß wahrscheinlich kommt hier oben gar nicht an und hier fallen wir wieder umdrehen oder saft brauchen irgendwann macht mir auch echt unnötig schweren das stellt doch was spagetti brauchst tungsten kabel plate oder brauchst du tungsten plate beides ja so schwierig nein alles gut ist doch schön hier kommen hobbys an was da los extra leben können wir nicht hier mal irgendwie ein bisschen noch oben verlegen immer so ein paar hier das trifft sich ja hier runter das könnt ihr eigentlich mal verlegen hier hier können wir auch noch hoch und ist das hier ordentlich verbunden wünschen bei der stromleitung zu neuen mauer ja das machen wir noch bis überhaupt am ende der welt wenig wir versuchen die nester mal zu killen hier ohne ohne irgendwas geht eigentlich nicht habe ich nicht noch der herbe schalter es gibt ledige männer und erledigte erledigte also grün die sind schon hart hier brauchen so wasserstoff herstellung hat dann nicht eine blaue pause wasserstoff wasser das nicht einfach nur aus aus druckluft ne das ist sauerstoff und stickstoff und da verbrennt das sauerstoff ne ja und stickstoff der brennt so gut durch die laserverteidigung brauchen wir ein update ja könnte man mal in erwägung ziehen was hast denn ach der macht das aus gereinigten ging das nicht nur besser ne können wir gar nicht weil wir brauchen da diese polierten dinge dafür wasser 25.000 lebenspunkte muss man schon mal ein bisschen schießen bis der ist der licht der licht und wasserstoff abholen wasserstoff warum nicht mein wegen ist so muss ich noch gereinigtes wasser erstellen oder was derzeit gereinigtes wasser ach du bringst das hin okay können wir es ja gar nicht bauen ich muss hier bauen erst immer noch nicht so scheiße aber auch irgendwie das noch das kriegen wir noch immer noch ein habe ich nicht irgendwas hier zum werfen eine bombe oder so wo brauchte der wesley noch mal chlor da brauchen mhm macht die überhaupt schaden dann ist das hier meine laser verteidigung gerade nur die laser rifle ist schon am besten okay sehr schön den dahin und den verbunden fertig so dann machen wir feiern für heute freunde die mauer wird gebaut okay es fehlt nur irgendwie noch voll viele plasma turrets mk2 ich mal gucken wir werden dem auf den grund gehen also bis dahin macht's gut und rein und tschüss tschüss mit sie tschüss Untertitelung des ZDF, 2020